Das ist so toll hier zu spielen, ja, ja komm, und noch das, ja, ja, komm. Oh, oh, ich bin dran, ich bin zu spät, warum, ich, muss schon mal zu Hause gehen, sonst wird mein, mein, äh, weiß ich nicht, böse Chef. Hallo Leute, hier ist sie in der Stadt, die Kleine, süße Seele, na, ja, und wir sind gar nicht zu spät, ähm, ähm, unser Auto, hier, na, unser Prinzessinnenauto, weißt ihr warum, warum heute ich bei mir gehe, ich bin eine Prinzessin, und ich kann machen, was ich will, ja, und ich kann auch hier gehen, und da, warum, genau, ich falsch, und warum nicht so schlimm. Und da sende ich mein Haus, ah, und hier, parke, nein, oh, oh, ich parke mal hier so, okay, und mein Auto, okay, haha, wie spannend bin ich denn, und hallo, pff, hallo, ich habe ein bisschen zu spät bekommen, Entschuldige. Oh, schön, dass du jetzt auch mal kommst, ich warte schon die ganze Zeit hier auf dich, habe ich ein bisschen in den Whirlpool gelegt, hallo, wie geht es dir, gut, hast du einen schönen Tag, kann ich dir etwas bringen, ähm, ich möchte gerne, ich will bitte was zu Kaffee. Kaffee. Ein Kaffee? Ja, warte. Okay, kleinen Moment, komm sofort. Okay. Kann ich bitte gehen? Ah, danke. Hm. So, dann mache ich mal den Kaffee. Danke. Da ist mein Zimmer, ja, hm, ich kann mich so ruhig, aber, so ruhig, schön sitzen hier. Hm, oh, oh, wie sitze ich denn? Ähm, sitz. Sit, sitz. Wo sind sie denn? Oh, ich bin auf dem Computer. Oh, ich habe hier ihren Kaffee. Oh, danke. Oh, wie lecker. Bitte schön. Okay, hier, bitte schön, ihr Kaffee. Ah, danke. Kann ich Ihnen doch noch irgendetwas bringen? Bitte, ähm, ich will was zu essen. Okay, kleinen Moment, kommt sofort. Okay. Okay, Leute, wie ich jetzt uns verstecke, kann ich jetzt hier ein bisschen Geld nehme und jetzt wird cool, Leute. Also, jetzt wird's cool. Oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein, okay, okay. Ich kann mich nicht finden. Und jetzt wird's cool, Leute. Nein, ich will Spaß, Leute. Ich, ihr habt noch Geld für die ganzen Leute und geht diesen ein bisschen. Okay. Wie versteckt ihr genannt, Leute? Ja, das wäre ein guter Versteck, der? Zählt uns hier jemand? Nein, okay. Mal gucken, ich bin so gespannt, was gibt's denn heute? Und auf Schöntag. Oh, dann habe ich schon vorbereitet. Ja, sieht cool aus, Leute. Ja, ein Sandwich. Oh, danke. Danke. Habt ihr was zu essen gemacht? Ein leckeres Sandwich, bitteschön. Danke. Dann hier, bitteschön. Und auch noch eine Banane. Oh, danke schön. Und eine Banane. Oh, echt? Oh, danke. Okay, hier, noch mehr Geld. Dankeschön. Wow. Juhu. Du hast aber ganz viel Geld. Ja. Gib mir das Geld. Was? Nein. Ich bin die Rainer. Okay. Hier, bitte, bitte. Tut mir leid. Danke. Ich habe noch nie so viel Geld. Ich war einfach so glücklich gerade. Soll ich den Kamin anmachen? Ja, bitte. Ich kann noch nicht spazieren, okay? Okay. Spazieren. So. Kamin ist angemacht. Ah, danke. Hm. Ach, das ist mein Auto. Autoschef. Ich mache das mal an. Hier so ungern ein bisschen spazieren. Yeah. Das wird ganz cool sein. Ich glaube, nein, ich brauche keine Banane an. Egal. Mir egal. Und los geht's. Yeah. Ich kann überall fahren, wo ich will. Hier durch den Fusse und hier. Ich packe hier. Warum ich bin die Rainer? Egal. Ich packe einfach hier. Ich male mal der Motorrad aus. Hm. Ich gehe mal. Oh, nein, 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 nein. Ich wollte so ein Fusse. Ah, da ist er ja. Wo ist sie denn hin? Ich bin bei der Fusse. Oh, wie schön ist er der Fusse. Hm. Ah, nein, wir wollen mich nicht. Ich will mich mal die Nägel. Ich will gerne pink. Hm. Ah, guck mal, da haben wir den Nägel, Leute. Ich sehe das nicht, okay. Ja, ich sehe das nicht. Hm. Oh, nein, was ist denn da los? Wo hat sie denn geparkt? Du kannst doch nicht einfach hier mitten auf der Straße parken. Ich bin doch die Rainer. Aber trotzdem, du kannst, da kommt doch keiner vorbei. Aber ich bin die Rainer. Ich kann alles tun, was ich möchte. Okay, ich gehe weg von dir. Komm, guck mal, was ich für ein schönes Auto habe. Wie geht's? Oh, wie schön ist das hier, denn ich hier soll spielen. Yeah. Spielen überall. Spielen überall. Spielen überall. La, 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 la. Ich spiele hier schön. La, 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 la. Wer bist du? Wer bist du? Oh, hallo Loli. Oh, Selina. Ja, ich freue mich so, dich zu sehen. Es lebt sich. Oh, das ist so toll. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Juhu. Juppie. Endlich sind wir wieder zusammen. Was machst du denn hier? Ich, 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 ich habe einfach hier gespielt. Ah, okay. Ich wollte hier mal spielen, aber ich bin eine Erwachsene. Aber egal, die haben mich hier einladet. Ah, okay. Oh, jetzt geht es nach oben. Hier war ich ja noch nie. Wow. Ja, deine Mutter hat dich, hat ja heute, ähm, gebracht. Ja. Deine Mutter. Ah, bumm. Oh nein, alles okay. Warum du aussprichst? Warum aussprichst du? Ich auch jetzt. Ah. Kann man aussprich. Was war das? Ah, ja. Aber die, warte, ich will hier. Ach, war das so eine schöne Zeit, weil ich war eine Prinzessin. Ja, weißt du noch damals. Und ich habe dir immer alles gebracht, was du haben wolltest. Ja, ein Kaffee. Und so. Ja. Ach so. Und ein Singles. Und alle. Ach, Selene, das war doch so schön früher. Ja. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Tschüss, ich liebe euch ganz tolle Mama auch. Und wenn dir gefallen, das Video machen, Like oben. Und ja. Und tschüss, Leute, ich liebe euch ganz schön. Tschüss. Tschüss. Und was machen wir jetzt? Und jetzt machen wir eine Party. Ja. Ohne, ohne die, ähm, Leute. Yeah. Lass uns tanzen. Bum, 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 bum. Yeah.